Hallo Privatpatienten! Wie war das noch? Fische sind schwule Haie, Vögel sind die Tauben der Lüfte und Träume sind Schäume. Und ich habe heute reichlich geträumt. Das reicht für drei Nächte. Das lag wahrscheinlich an der dicken Dönerplatte, die ich mir abends noch reingezogen habe. Mit Tzatziki und mit dem ganzen Programm. Aber schauen Sie selbst die Scheiße da! Was für ein verrückter Traum! Gerade wollte ich den nächsten Patienten reinrufen lassen, da lief mir schon wieder die Nase. Bereits zum dritten Mal innerhalb von zwei Minuten. Ich griff zum Taschentuchpäckchen. Plötzlich riss mich ein gewaltiger Orkan vom Schreibtischstuhl. Von wo er kam, wusste ich nicht, aber er hatte eine enorme Kraft. Ich wirbelte durch die Luft und überschlug mich mindestens 1000 Male. Sekunden später landete ich auf dem Taschentuchpäckchen, nachdem ich eben noch gegriffen habe. Dort saß ich nun mit eingeknicktem Rumpf für den Bruchteil einer Sekunde. Ich wollte mich kurz sammeln, dann schoss das Päckchen mit mir zusammen hoch in die Luft, direkt in den Himmel. Ich hielt mich krampfhaft an der Klebelasche fest. Meine Augen tränten vom enormen Fahrtwind und meine Sackfransen franzten fransig. Wir, das Päckchen und ich, kreisten am Horizont und drehten Pirouetten. Wir flogen durch die funkelnden Sonnenstrahlen und schlitterten über die schillernde Oberfläche des Regenbogens. Unter uns flogen Schwäne. Ich berührte sie mit meinem nackten Fuß. Sie schauten hoch und lächelten. Wir rauschten durch Luftschlösser und durch Puschelkätzchen aus Wolken. Ja, aus dem Taschentuchpäckchen und mir ist ein wir geworden. Wir reisten nun gemeinsam. Wir waren Reisende und das Ziel war die Reise. Und wir waren so glücklich, das Taschentuchpäckchen und ich. Ich vergaß all die Kassenpatienten, die Brücken und Blomben. Dann warte ich auf. So'n Scheiß. Lieber Gesangsverein, das war ein Blödsinn, oder? Naja, beim nächsten Mal träume ich besser. Dann hätte ich einen Salat oder irgendwie so'n Scheiß. Wenn Sie mal irgendwie Zahnprobleme haben, wenn Ihnen die Zahl juckt oder sowas, dann rufen Sie mich doch einfach an. Malen Numa ist Numa.